Der Charitas von Monty. Hallo, hier ist der Ralf von Jörteland. Ich darf heute der weit gereiste Horst bei mir hier in der Jörtel begrüßen. Um so den Bogen zu schlagen. Übrigens jener Horst, der bei unserer Live-Show sich immer für unsere GoPro hier interessiert hat. Den Rand hingeg jetzt einfach weiter zu pflegen. Wie heißt das, den Rand hingegg gemacht hat? Der Mathis. Hallo Mathis. Hallo Mathis. Du bist heute weite Strecke hergekommen. Du bist mit deinem Sauerer unterwegs. Ich glaube die wenigste wissen, was ein Sauerer ist. Vielleicht erzählst du uns einfach gleich noch was dazu. Um heute hier bei uns in der Jörtel zu sein. Du hast deine Geige mitgebracht und wir haben schon ganz wunderbare Klänge hier gelauscht. Und ihr zwei habt auch schon schöne Stücke zusammengespielt. Erzähl kurz was zu dir, zu deinem Outbau. Ja, mein Auto ist ein alter 2DM. Das ist ein alter Militärlastwagen vom Schweizer Militär, Schweizer Fabrikat. Der ist jetzt 50 und der wird mal wieder ausgefahren, damit er ein bisschen, bevor es auf große Fahrt geht, auch taugt. Und was nicht taugt, ist dann das Wasser gepflegt, repariert und gemacht. Aber das kann man mit dem Auto nehmen. Prima. Aber das Schöne ist, wie gesagt, dass du deine Geige mitgebracht hast und uns hier am Lagerfeuer ein kleines Ständchen spielst. ... ... ... ... . 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